Ja und auch heute bleibt der tägliche Messerwahnsinn nicht aus. In Hessen-Deutschland ist es zu einer schrecklichen Gewalttat gekommen. Am Montagmorgen fanden in einem Waldstück im hessischen Lampertheim Spaziergänger die Leiche einer 37-jährigen Frau. Diese lag zwischen Bäumen und Ästen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde die Frau beim Joggen getötet. Inzwischen geht die Polizei von einem Gewaltdelikt aus. Das Polizeipräsidium Südhessen hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Mordkommission eingerichtet. Die Frau soll dabei mehrere Stichwunden aufweisen. Von der Tatwaffe vermutlich, einem Messer fehlt jede Spur. Bei dem Opfer soll es sich um eine zweifache Mutter handeln, die mit ihrem Mann und Kindern im Alter von 5 und 7 Jahren nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt in einem Einfamilienhaus leben soll. Von der Tatwaffe